Die mediale Begleitung bei Peter Bitterlich, Entwicklungsfach, ein Spezialist für Tuning, allerdings groß geworden, mehr bei Alfa Romeo, tunet aber auch die GT-Serie, Mercedes und die Black-Serie. Ich war dabei, ich konnte beobachten, wie die Jungs arbeiten und konnte dann auch nachher die Leistungssteigerung persönlich erleben mit über 800 PS. Eine tolle Sache, die Werkstatt, mir hat das sehr gut gefallen. Ich bin bestens versorgt worden mit einem Frühstücksbuffet, Irv, Lukas und Fabian und natürlich dem Werkstattbesitzer Peter Bitterlich. War es eine tolle Erfahrung, mit den Jungs das zu verwirklichen, wovon viele träumen, von AMG und dann noch mit Leistungssteigerung. Danke, dass ich dabei sein durfte in Entwicklungsfach in Bayern. Bis zum nächsten Mal.